Das Hotel Super 8 Fisherman's Wharf liegt in San Francisco in Kalifornien. Das Hotel Super 8 Fisherman's Wharf ist sehr beliebt unter den Gästen, 100% empfehlen das Hotel. Weiter, 11 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,8 von 6 Sonnen vergeben. Leider liegen nicht mehr Bewertungen als die 11 vorhandenen vor. Daher sind die Aussagen mit Vorsicht zu genießen. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,3 von 6 Sonnen vergeben. Service 5,2 von 6 Sonnen vergeben Gäste für den Service des Hotels. Dieser lässt keine Wünsche offen. Zimmer Die Zimmer des Hotels werden gut bewertet und erhalten 4,9 von 6 Sonnen. In diese Bewertung fließen die Punkte Sauberkeit, Ausstattung und Größe des Zimmers ein. Hotel allgemein Gäste loben den guten Zustand und die Sauberkeit des Hotels. Hierfür wurden 4,5 von 6 Sonnen vergeben. Gastronomie Viele Gäste sind der Meinung, dass dieses Hotel eine gute Küche hat und vergeben hierfür 4,5 von 6 Sonnen. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Reiseveranstalter oder rufen Sie direkt beim Hotel an, um nähere Informationen über das Hotel zu bekommen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.